ja okay also ich auf meiner seite nehme auch ich habe jetzt hier auch eingestellt dirk wenn du ganz nach unten in die menüleiste gehst da kannst du ja ja genau ja prima gut ja dann zunächst mal euch beiden noch mal vielen dank dass ich heute die zeit nimmt dass wir da gemeinsam so eine kleine fortsetzung eigentlich vom letzten talk machen beim letzten mal ging es ja so um die gemeinsamkeiten und unterschiede des rins sei zum soto und da haben wir auch schon ja so ein bisschen in die ein oder andere geschichte oder überhaupt eine geschichte des sen reingegrätscht ich habe die grafik mit der wir uns gleich beschäftigen können habe ich eigentlich zunächst nur für mich selber erstellt weil wir in der in der online sanga treffen uns einmal im monat und schauen uns einfach texte von alten meistern an unter anderem haben wir aktuell das hokio san mai an dieser stelle liebe grüße an die online sanga die sich das wahrscheinlich irgendwann auch angucken wird und dann wollte ich einfach wissen wer war denn eigentlich noch mal dieser tosan ich wusste der hat irgendwie was mit der soto schule mit der soto gründung zu tun und habe dann angefangen so ein bisschen zu recherchieren und ich als person brauche brauche irgendwas visuelles um etwas zu verstehen oder oder mich darin zurechtzufinden und so ist diese grafik entstanden ich teile vielleicht schon mal einmal freigeben so genau so ist diese grafik entstanden um einfach zu schauen wer war denn dieser tosan hat ja eigentlich vor dem huinen oder nach dem huinen gelebt und basierend auf dieser grafik dann kamen auf rat von euch noch zwei drei andere charaktere und personen mit ins spiel und entstand die idee dass wir uns einfach mal gemeinsam hinsetzen und dieses linien linien wirrwarr aus der so drunterinzeit tradition einfach mal so ein bisschen entwirren oder uns daran entlanghangeln das ist jetzt noch relativ klein ich kann hier gleich das ganze ein bisschen vergrößern so dass wir uns die einzelnen persönlichkeiten einfach mal angucken können in welcher zeit und vielleicht auch zu der ein oder anderen persönlichkeit in form von koan oder in form von von geschichten gerade im soto senden werden ja noch die der ein oder andere text auch noch morgens rezitiert bei der morgen zeremonie dass man da einfach mal gemeinsam schauen kann ja die frage ist wie wollen wie wollen wir starten am besten am anfang oder das wäre beim buddha shakya muni oder also wenn wir hier mal oben in den in den indischen bereich reingehen also das was ich das was ich so in erfahrung gebracht habe von den indischen patriarchen oder von den indischen meistern in der linien weitergabe ist im grunde relativ wenig bekannt außer hier in dem vom angkor verlag in dem denko roku wo tatsächlich die ein oder andere geschichte auch von denen von den indischen meistern nacheinander und markaschapa drin stehen wobei sonst hat man von denen im gegensatz nagaschuna hat man sonst von denen relativ wenig gehört oder habt ihr da infos zu ja also relativ bekannt ist natürlich mahakaschapa und ananda die waren ja tatsächlich noch schüler vom buddha die gehören zu den zehn wichtigsten schülern und dann wasu bandu und wo kommen die welche nummer ist das hier 21 ist der wasu bandu 21 der das ist eine ein relativ bekannter name also das ist auf japanisch heißt das juli schicke auf englisch manchmal meint only also diese schule innerhalb des buddhismus die sagt so ein bisschen wieder wie der deutsche idealismus dass das ganze universum ausdruck des des geistes ist eines bewusstseins ist das ist innerhalb des buddhismus eine relativ einflussreiche philosophische schule gewesen und der wasu bandu wird damit verbunden vielleicht kann man jetzt am anfang erst mal sagen also die chinesen die sind echte so stammbuch stamm baum freaks familie stamm baume und dann auch wer ist der lehrer von wem und so weiter bei den japanern ist das ähnlich die bei den indern habe ich das gefühl das interessiert die kaum also auch deshalb man weiß ja auch gar nicht so genau wann der buddha überhaupt gelebt hat es gibt die unterschiedlichen theorien die gehen ja über 100 über ein jahrhundert auseinander beim jesus klar da gibt es auch immer mal eine diskussion waren das vielleicht zwei drei jahre früher oder später aber beim buddha das sind 100 jahre früher oder später die unterschiedlichsten theorien und wie das dann weitergegeben wurden also es wird oft gesagt die inder denen geht es nur ums absolute also um die zeit die relative zeit mehr jetzt an welchem tag geboren und wann er gestorben ist das interessiert die inder weniger das bedeutet alles was in diesen stammbäumen über die den indischen teil der wiedergabe gesagt wird wurde vermutlich zum allergrößten teil erst hinterher von den chinesen erfunden also dass das die so wie wir das heute machen dass der meister dem schüler an brief gibt und der schüler gibt es dann wieder dem nächsten schüler und auf die weise ging es dann vom buddha zu mahakashapa und von mahakashapa zu anander also und das ist dann nummer 14 der nagarjuna ich glaube der nagarjuna steht an der stelle hauptsächlich weil er furchtbar wichtig ist für die entwicklung des buddhismus also ohne nagarjuna hätten wir kein herzsutra wir hätten die ganze lehre von der lehrheit nicht nur unter wasu bandu steht er weil er dem im grunde von nagarjuna das ist eher so eine ganz andere richtung also eine ganz andere richtung aber die wollte man halt auch drin haben aber das was wir eben hochgehalten hast das den kolok das orientiert sich ja an den chinesischen stamm bäumen also da gibt es jeden geto kudento loku heißt das auf japanisch das ist recht bekannt da sind diese ganzen wiedergabelinien und auch jeweils diese koans also viele der koans also wenn man sich fragt nun kann oder hektikan loku wo kommen die koans ursprünglich alle her die kommen aus diesen traditionslegenden also der schüler so und so ging zum meister so und so und verbrachte da so und so viele jahre und er stellte ihm diese frage und da sagte der meister das und da wurde er erleuchtet diese die ursprünge der koans die kommen auch daher und ich habe das gefühl dass der kesan drei generationen nach dem dogen in japan als auch rinsai anfing sehr populär zu werden und rinsai halt in der hauptstadt kyoto und die soto leute die saßen da eher in den bergen in der pampa dass der kesan da so ein bisschen das bedürfnis hatte zu sagen hier soto wir haben das auch diese erleuchtung und das wurde von generationen zu generation weitergegeben aber zumindest das was er da über die wiedergabe weitergabe vom buddha bis zu bodhidharma schreibt das hat er sich glaube ich zum allergrößten teil aus den fingern gesogen er muss man so sagen aber ja ja ich hatte auch den eindruck dass das hier diesen denko rock denko koroku dass er da versucht hat quasi in innerhalb der soto tradition auch so was wie ein mumonkan oder so ein koan sammlung irgendwie das zu verbinden mit den linien weil auch vom aufbau her dann schreibt er seinen kommentar dazu dann hat er teilweise noch einen vers dazu also ähnlich wie auch das mumonkan aufgebaut ist genau 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 er orientiert sich da und macht sozusagen dass das soto die soto version von von rinsai und ich meine es gibt ja bekanntlich im soto auch meister die sagen ihr braucht kencho und koans der dogen hat vermutlich auch mit koans gearbeitet und er hat ja in china diese erfahrung des abfallens von körper und geist gemacht es geht auch im soto darum und diese meister die ja stützen sich dann eben auch das denko locker und die sagen ja hier guck mal der kesan der spricht ja auch von der wiedergabe oder der wiedergabe des lichts also denko locker bedeutet ja die wiedergabe der lampe der leuchte ist natürlich satori oder kensho und interessant ist im showbogen so das was am nächsten daran kommt ist das kiosi kapitel ich weiß jetzt nicht wie man jose auf deutsch übersetzen würde das aufrecht erhalten der praxis ich glaube ring der praxis oder also das ring ring der praxis auf ring der praxis ist ein begriff der ganz am anfang dieses kapitels vorkommt das ist ein sehr wichtiger begriff und das ist das längste kapitel im showbogen sowodogen vom buddha bis zu seinem meister verschiedene indische patriarchen aber vor allem chinesische patriarchen nicht nur soto sondern auch hin sei vorstellt und sagt die haben so praktiziert und das interessante am jose kapitel ist dass von erleuchtung fast nie die rede ist also wenn er vom buddha spricht dann erwähnt er nicht wie er unter dem bodhi baum saß und den morgenstern eines morgens erblickte sondern er spricht von den 40 jahren der reise danach als er den dharma predigte oder auch diese berühmte geschichte von der blume die er dann hochgehalten haben soll und dann ist der maha kaschapa erwacht das lässt er auch aus und spricht dann von den großen anstrengungen die maha kaschapa unternommen hat also wenn man bei doge nach der wiedergabe oder so nach einer traditionslinie sucht stärksten wie sagt man ausformuliert oder ausgeschmückt findet man es im jose kapitel aber das was was uns eigentlich interessiert die erleuchtung die findet man interessanterweise gar nicht na also ich habe das gefühl dass der dogen sie da absichtlich sozusagen rausgelassen hat und der käsern der dem fehlte das natürlich dann denn der musste sich dann vielleicht die kritik auch von den rinnsleuten anhören ja okay ihr macht da zwar harte praxis da in den bergen im schnee aber die leuchtung die habt ihr offenbar noch nicht du hast jetzt gerade eben schon angesprochen die weitergabe von von buddha von buddha quasi einen an den ersten schüler mal kaschapa das ist ja auch glaube ich eine legende oder eine geschichte die so nur im zen publiziert wird ich glaube in anderen buddhistischen traditionen gibt es gibt es oder es gibt auch keinen nachweis kein geschichtlichen nachweis für dieses ding wo wo buddha auf dem geierberg saß und große versammlung und alle erwarteten jetzt wieder irgendeine predigt irgendeine geschichte und er hielt aber nur die blume hoch und fing an die zu drehen und markaschapa war der einzige der lächelte und dann kam dieser große spruch von wegen schatzkammer des dama und ich übergebe das jetzt dem markaschapa ja 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 das gibt es nur im zen ich weiß jetzt nicht wann das zum ersten mal erwähnt wurde ich glaube das wurde auch in china dann erfunden sozusagen erdichtet na also wenn und herabada mönch danach fragst der wird lachen auch in japan die anderen schulen die kennen das so nicht also der grund weshalb diese geschichte sozusagen erdichtet werden musste ist die zen schule ist ja die die sagt du wirst die wahrheit nicht in den zu drin finden sondern es kommt auf die direkte erfahrung an trotzdem ist aber auch wichtig bei einem meister zu studieren denn nur in dem austausch den kontakt zwischen meister und schüler wird dieser funken springen und das muster beispiel sozusagen ist diese blume oder dann in der zweiten wiedergabe mahakaschapa sagt ananda holt die flagge runter und da wacht ananda auf und bis dahin wenn man sich anguckt wie wurde der buddhismus der buddha dharma in indien weitergegeben das war eher so wie eine unistudium bei uns also die leute haben zusammen sich hingesetzt die schriften studiert denn ich meine was hat man vom buddha noch der buddha war tot was da war war die sutren dann gab es dann noch die den abhidharma die schriften die die klugen mönche so als interpret interpretation der sutren hinterlassen haben und dann gab es natürlich was im theravada heute immer noch sehr wichtig ist die regeln die mönchsregeln und senden und daraus im mahajana buddhismus der sich daraus entwickelt hat also nach nagarjuna war das dann auch nicht anders bzw da wurde dann die philosophie noch viel wichtiger die ganze metaphysik über die lehre was die lehre ist und was sie nicht ist und verleugnung 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 und am ende wusste keiner mehr worüber man eigentlich gesprochen hatte also wieder wie ein philosophie seminar einer deutschen uni und die senden leute waren halt die die sagten sich jetzt was hat der buddha eigentlich gemacht bevor er die erleuchtung hatte oder wie ist er überhaupt drauf gekommen er hat sich auf seinen arsch gesetzt unter dem bodhi da und warum machen wir dem das nicht mal nach wenn es beim buddha geklappt hat vielleicht klappt es bei uns auch und die ganzen zutren das sind naja erklärung dazu ne also der savaki sagt mal irgendwann die sutren sind so fußnoten zu zazen erklärungen die sind zwar auch manchmal interessant aber die sache um die es uns geht wird nicht in worten und schriften wiedergegeben aber damit waren die senden leute die totalen außenseiter beziehungsweise also heute im japanischen buddhismus senden buddhismus senden buddhismus ist ja nur nur ein fünftel ungefähr des gesamten spektrums das man in japan hat und die anderen 80 prozent wenn du die fragst worauf stützt ihr euch dann sagen die auf diese sutra oder auf jene sutra und in dem sutra da steht was vom amitabha und wir stützen uns auf diese sutra genauso wie man im christentum sagen würde also ich stütze mich auf die bibel und der eine sagt ich stütze mich nur aufs neue testament und der andere sagt ja das alte testament ist auch wichtig und dann gibt es die leute für die ist es besonders der paulus der wichtig ist so ist es im buddhismus eigentlich auch außer außer senden und eben um sozusagen den buddha mit zu sich ins boot zu nehmen haben die halt diese geschichte erfunden dass der buddha dann letztlich als er wirklich die wichtige sache übertragen wollte da hat er gar nichts mehr gesagt da der geschwiegen und die blume hochgehoben und mahakashapa hat dann auch nicht viel geredet sondern er hat einfach nur gelächelt und dann von mann zu mann von gesicht zu gesicht wurde der dharma weitergegeben aber natürlich mit den besten intentionen also ich habe euch ja diesen link geschickt zu leider nur auf englisch im internet john mcgray was war der titel von diesem buch also da geht es vor allem um den sechsten patriarchen und die ganze legende um den sechsten patriarchen der john mcgray der lebt leider inzwischen nicht mehr der hat das alles wissenschaftlich untermauert also viel forschung betrieben und der sagt das ist unmöglich dass das ein holzfäller wird war der sechste patriarch nur und dass der nicht lesen und schreiben konnte und trotzdem dann mitten in der nacht kurz nach mitternacht dann mit dem kesser und dem dharma in der tasche abhaut das ist nicht auch eine geschichte die hinterher erfunden wurde aber was der john mcgray sagt eben deshalb weil diese geschichten nicht historisch richtig sind sondern von der nachwelt erfunden wurden eben deshalb sind sie wichtig weil sie genau das darstellen womit sich sendern identifiziert hat also nicht in der historischen wahrheit sondern in diesen legenden drückt sich ja das aus was die senden leute dann halt für ihre identität und für ihre lehre und praxis gehalten haben also ich weiß ich war damals mordsmäßig enttäuscht das ist keine ahnung zehn jahre her war ich auf einem bodhisattva lehrgang für dann irgendwann die ordination die die erste kleine ordination und der meister der das geleitet hat damals wir haben zu beginn haben wir über die gebote gesprochen du sollst nicht lügen du sollst die wahrheit sagen und so weiter und im nächsten atemzug erklärt er uns dass diese linie weil wir uns dann auch mit dem ketzel im jaco beschäftigt haben dass es diese linie eigentlich gar nicht gibt dass die letztendlich erfunden wurde bzw verschiedene daten verfälscht wurden um irgendwie eine linie das wäre den chinesen wichtig gewesen und da fühlte ich mich natürlich direkt getriggert habe gesagt hier wie du kannst du das nicht auf der einen seite sagen lügen ist verboten und auf der anderen seite sagen dass das das gesamte sen konstrukt diese linie die wir da morgens rezitieren dass die nicht stimmt hier jetzt erklär mir das mal das war natürlich weniger möglich ja vielleicht damit wir beiden soto leute hier nicht allein reden das wäre vielleicht ein punkt für dirk denn ich meine die gebote du sollst nicht lügen du sollst nicht töten die sind ja auch teil der der koan ausbildung wenn ich das richtig mitbekommen habe ich bin nie soweit gekommen aber im zen eigentlich kann kann jedes wort gleichzeitig lüge sein und gleichzeitig wahrheit sein so wie ich das verstehe oder traditionell würde man wie heißt das upsala upsaya von 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 kunstgriff sprechen aber ich weiß nicht du kennst du lust an diesem punkt da mal ein bisschen was zu sagen damit das hier ein freigespräch wird ja warum nicht ist doch interessant oder spielst du jetzt die spielst du jetzt die analena die das die beiden alten herren reden lässt und du stehst in der mitte und gerade um uns zu verkörpern ja ja da fällt mir nur ein und die ziel hast natürlich die nehmen wir tatsächlich als koans durch nachdem man die klassischen koansammlung absolviert hat wobei man momentan meistens auch im idealfall mehrmals durchläuft aber du nimmst das tatsächlich zum schluss durch und geht es noch mal richtig in die tiefe hinein also ich meine nicht töten ja wenn das immer jemand vorliest und sagt ja ich hätte nicht oder oder nicht von gefühlen mitreißen lassen ja ich bin mal wütend aber ich bin jetzt nicht so dass jemanden umbringen oder so das ist ja die oberfläche aber koan mäßig muss es dann auch beweisen im doxern und vor allen dingen solche sachen wie nichts nehmen was mir nicht gegeben wurde zum beispiel also geht gerade auch sogar an die der 1000 meilen tiger und der betont immer wieder sich die dualität anzumaßen also meistens denkt man ja immer ich bin nicht erleuchtet und ich kann mir das nicht anmaßen irgendwie so heilig über mein leben sozusagen verfügen ja ich bin oder und so ich bin doch noch lange nicht so weit das ist eine anmaßung so arrogant zu sein und sich getrennt von der außenwelt zum beispiel zu etablieren oder wahrzunehmen das heißt diese sie lasst und diese tugendempfehlung wirklich so ernst zu nehmen dass du die trennung aufhebst und zwar nicht irgendwann sondern jetzt dem da du versuchst ja bei der zu flugnahme ist es bei uns so versucht man sich darin zu üben als laien schüler benutzt man das wirklich als ein praxisweg und als mönch oder voll ordinierter musste diese sachen einhalten so wo das sowieso nie gelingt aber man verpflichtet sich dazu so wird moralischen tiefe so das vielleicht dazu was mir zu diesen zudem zu der sendentwicklung nach diesen ändern mit denen ich auch eigentlich nicht so wie anfangen kann aus kann natürlich mit dank der ja die man ja mika philosophie was ja eigentlich eine sende ist hast du auch in den in den durch die kohanschulung ja praktiziert das heißt du nimmst ganz viele verschiedene hieroglyphen buchbeziehungen siegeln was er das momentan ist und gehst in die philosophie rein aber um um über die philosophie hinaus zu gehen das drückt ja mal die amika aus so also geist des bruder steht da und dann ist wieder oder nicht geist oder alles leer oder wie auch immer so das versucht man das erlebbar zu machen interessant wird sehr ab wo die dama dann in deiner in deiner ahnen folge da auch und da habe ich noch mal nachgelesen auch was wichtig ist auch zu sehen dass das aus der historie so hervorgegangen ist dass ja im ich hab's mir irgendwo hier aufgeschrieben in innerhalb von fünf jahren das war 800 42 bis 45 da waren ungefähr 4600 etablierte klöster zerstört und irgendwie 40.000 tempel also da war der buddhismus sozusagen niedergeknüppelt und da gab es halt kleine gruppierungen auch die für sich noch im verborgenen praktiziert haben ohne diesen ganzen schmus den er der kaiser wu sozusagen da etabliert hat vorher und daraus ist halt zen buddhismus in seiner in seiner prägnanz sozusagen eigentlich zur blüte gekommen danach kam dann eben um und die ganzen großen wenn meisterin sei und so zur blüte das war so bis ins ende des neunten jahrhunderts und so dann sieht man ja die ganzen kohlen zu der zeit das heißt das ist hat sich da entwickelt aus aus der geschichte auch heraus dass die leute noch mal neu anfangen konnten das ist vielleicht auch wichtig zu verstehen und dass sie den kern der ganzen sache eben gelebt haben und das ist immer eine riesen chance ja es kommt was zur blüte dann verwelkt es wieder und dann ist ja frohe erntezeit und dann geht es wieder runter also man sieht doch mal wellenbewegungen also egal was für eine epoche warst du hast immer eine blüte zeit und eine wellenbewegung da setzt eben zen an ja da also sind in china der tankzeit da kommen wir gleich noch noch mal einmal kurz zurück zu den indischen bevor wir dann weiter wo die damen und dann auch auf die ersten patriarchen in china vielleicht gehen nagaschuna der mua hat es eben schon angesprochen ist ja derjenige der das herz sutra wiedergefunden hat oder weiß man das ob der nagaschuna es selber geschrieben hat und nur behauptet hat er hätte es in irgendeiner schlangenhöhle gefunden und es würde auch buddha selbst zurückgehen wisst ihr das habt ihr da eine info zu sprich so sagen ja bitte sprechen wir vom herz sutra oder sprechen wir von den weisheit sutra insgesamt 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 in der prasana parameter literatur genau oder prasana parameter so dass wenn man es ganz mystisch ausdrückt könnte man ja sagen nagaschuna kommt der der name kommt der von den nagas das sind ja sozusagen die man könnte sagen schlangenwasser geister manchmal auch verehrt in thailand siehst du das ganz oft drachentempel schlangen tempel und so und da gar nicht da wird manchmal dargestellt mit so auch schlagen und die tibeter haben ja richtige auch so genannte also nagaschuna wird ja im tibetischen buddhismus auch sehr verehrt so und da gibt es ja auch die sogenannten tertöns das sind die leute die die alten schriften suchen meistens im traum und so weiter und dann die thermas sozusagen wieder aktivieren das ist so die legende ja dass das er die sozusagen für die nagas sozusagen wieder übermittelt bekommen haben bekommen ja genau in tiefer verbindung so wie das denn wirklich war weiß ich nicht pdf gab es damals sonst weiß also ich habe in dem in dem dommelon oder wieder heißt der dommelon der heinrich geschichte des zen buddhismus stand es nämlich auch nicht klar drin ob nagaschuna jetzt diese texte selber geschrieben hat und es so dargestellt wurde was ja später in china auch oft noch passiert ist dass irgendwelche chinesen texte geschrieben haben und dann gesagt haben ja aber das hat eigentlich ein ganz berühmter inder geschrieben weil das halt eben dann besser klang oder sich besser anhörte nagaschuna es ging dann halt eben noch über ein paar indische meister weiter ob diese linie es so gibt oder nicht gibt und kam dann zu kam dann zu bodhidharma aber eben schon angesprochen quasi derjenige wohl glaube ich auch den meisten jetzt vielleicht das video sehen bekannt der inder angeblich brahman familie königssohn ähnlich wie buddha selber der dann nach die die gefährliche überfahrt nach china unternommen hat und sich dort in der nähe vom shaolin kloster niedergelassen hat und das faszinierende ist ja das was der muhr eben gesagt hat dass diese legenden obwohl sie nicht wahr sind obwohl sie geschichtlich nicht nachweisbar sind eigentlich der punkt ist auf den sich die zen philosophie stützt oder oder sich selbst versteht weil bodhidharma lässt sich ja auch nicht geschichtlich nachweisen dass diese person tatsächlich existiert hat da gab es glaube ich in der wissenschaft auch mal die diskussion ja hat es den überhaupt gegeben und ich glaube es zweifelt keiner daran dass es den gegeben hat aber er war bestimmt nicht der typ gehen wir aus den legenden kennen und neun jahre neun jahre vor der wand sitzen und so genau und da waren auch da sind ja wenige schriften ein halbes dutzend oder so die ihm zugeschrieben werden aber die stammen auch alle auch aus jahrhunderten danach ja genau also ich kann mir auch nicht vorstellen dass der der kollege ruike sich den arm abgeschnitten hat und dass er ihn dann erst akzeptiert hat ja genau genau der die mona der schreibt ja dass das aus irgendeinem zeitgenössischen dokument hervorgeht offenbar dass der unter umständen tatsächlich einarmig war aber schon bevor er den bodhidharma traf dass er auf der reise von irgendwelchen räubern den arm abgeschlagen bekommen hat aber es ist bestimmt nicht so dass der sich den arm vor dem bodhidharma abgeschlagen hat und vermutlich am verbluten war und dann haben die sich dann noch über den geist und und wo ist der geist unterhalten und also so was oder vielleicht noch mal kurz zurück zu seiner frage mit dem nagar schon hat er das alles selber geschrieben also das ist ja zum beispiel in der deutschen malerei so da wird ein rembrandt oder so gefunden und dann stellt man später fest der stammt ja gar nicht vom rembrandt selber sondern nur von einem schüler weil die damals eben das war die werkstatt vom rembrandt und die schüler haben alle so gemalt wie der meister und wahrscheinlich waren die bilder auch gar nicht signiert oder selbst wenn schüler das für den meister gemalt hat er das mit rembrandt signiert nur und so ist das auch bei der weisheit zu drin es gibt 600 das sind wände und natürlich hat der nagar schon das nicht alles selber geschrieben aber er war so der führende kopf in dieser das war ja eine ganze wie sagt man sagen eine philosophische schule innerhalb des modismus und er war einer der führenden köpfe er war wahrscheinlich noch nicht mal der erste aber er war das derjenige der diese schule geprägt hat und die inder hatten offenbar da wenig bedürfnis auf alles was sie geschrieben haben sozusagen ihren namen zu setzen das findet man erst in china das was weiß ich hoch jo sam mai stammt von dem und dem und sando greift von stammt von dem und dem und das shinjin me das wird dem zugeschrieben bei den indern die fühlten sich alle als schüler das buddha das heißt bei denen war das bedürfnis er zu sagen das hat der buddha so gesagt und das steht ja auch dann bei den ganzen weisheit zu drin so habe ich gehört also es wird so getan als ob der aneinander das gehört hätte und dann vorträgt und das ist natürlich historisch auch falsch aber die inder haben das halt so gemacht wir haben halt gesagt das ist das was wir von unserem meister dem shagya muni empfangen haben und jetzt im nachhinein genau feststellen zu wollen von wem denn jetzt wirklich was stammt ist unmöglich und in meinen in meinen videos über das herzutra habe ich auch relativ ausführlich erwähnt es gibt eine holländische buddhologin mit dem namen natje die vor ungefähr 30 jahren die hypothese gewagt hat dass das herzutra also nicht die weisheit zu drin überhaupt sondern das herzutra dass wir im zen gerne rezitieren in china entstanden ist und dass der sanskrit text den es davon gibt eine rück übersetzung ist ins indische also dass die chinesen sozusagen diese 600 bände die sie ja unmöglich mitschleppen konnten dass sie davon die essenz haben wollten auf ihren reisen und das war dann das herzutra und um die dem herzutra ein bisschen autorität zu verleihen haben sie es dann zurückgesetzt übersetzt ins in sanskrit und das sanskrit das wurde dann später noch ins tibetisch übersetzt das ist eine these die besonders hier in japan eher kritisch bis überhaupt nicht beachtet wird aber die ich sehr überzeugend finde also wenn man sich das mal genau anguckt und da gibt es auch viel im internet über dieses thema das ist schon überzeugend dass das hannya schien jo also das herzutra ursprünglich gar nicht aus indien stammt zusammenfassung aus china kommt das herzutra wird ja dirk im rinzai zen genauso wie im soto auch rezitiert ich glaube ihr habt sogar bei der morgen zeremonie dreimal hintereinander ja ja das ist das wichtigste suche überhaupt werden ja das wird immer also in der japanischen sende habe ich es erlebt da ist es so da rezitierst du in der sendung eigentlich nicht sondern in der hondo aber was in der sendung rezitiert wird ist tatsächlich das ja und noch zwei andere kleine aber sonst und deswegen ist es auch am wichtigsten ja das wird beim essen rezitiert auch vor ort morgens und abends und meistens dreimal hintereinander genau ja das kennen wir nur von der kito zeremonie kenne ich es im soto dass da dieses dreimal hintereinander mit steigendem tempo mit der trommel dabei und das richtig wumms dann auch mit reingebracht wird genau ja ja bodhidharma die geschichte mit bodhidharma da kommt halt der schüler an und sagt hier meister mein geist ist so in unruhe bitte befriedige ihn für mich oder oder beruhige ihn und bodhidharma sagen gibt mir deinen geist zeig ihn mir leg ihn mir in die hand und der der eker sagt ja ich kann ihn aber nicht finden und bodhidharma sagt dann habe ich ihn dir auch schon befriedet das ist ja diese geschichte ist ja glaube ich in irgendeine in irgendeiner koan sammlung ist das glaube ich auch eines der koan oder dirk das ist möglich an rocko fall 1 okay das ist der erste fall im higigan rocko ja ja genau der kommt und sagt eben ich bin so durch den wind ich habe jetzt die ganze zeit gesucht kannst du mir helfen so gut ist der meister der meister hat ja ich helfe dir das war ich für dich bringen wir einfach deinen geist zeig ihn mir und dann werde ich das für dich machen also die suche davor ist entscheidend ja also das ist man so leicht gesagt so aber in die intention der suche da wirklich zu suchen ist mein geist naja ich bin nicht den ja vom bodhidharma aus geht es dann im grunde in china los wo jetzt erstmalig dann auch in dieser in diesem buch geschichte des zen buddhismus dann erstmalig auch mit jahreszahlen gearbeitet wird und erstmalig auch dokumente angeführt werden wie grabstein in schriften und so weiter wo auch wie der wieder mu eben gesagt hat den indern war das eigentlich gar nicht so wichtig so diese ahnen folge und die chinesen haben dann halt angefangen der ein oder andere halt eben auch diese an folge irgendwie aufzuschreiben und da gibt es halt eben sehr alte dokumente wo dann die namen insbesondere der chinesischen patriarchen nach bodhidharma drin sind wobei es da auch teilweise unterschiedliche dokumente gibt die einen lassen ich glaube den sosan oder den doshin der taucht nicht auf während in einem anderen dokument die wiederum durchaus auch taucht auftauchen und einer der ältesten texte die im soto zen rezitiert werden das shin shin mei die inschrift vom vertrauen in den geist ist vom dritten patriarchen von dem sosan bis 606 gelebt aber man weiß nicht so genau wann er wann er geboren wurde das ist ja jetzt ein text der vor der vor der spaltung der linien stattgefunden hat ist er eben im rinzai zen auch bekannt dirk das shin shin mei also dass es rezitiert wird besprochen ja ja okay das ist ja so mit der soweit ich das in erinnerung habe ich bin jetzt falsch sagen aber mit der älteste wenn text der so bekannt ist ja ja genau aber ist da ja berührend wobei ich mir jetzt nicht sicher bin ob das nicht auch eine nachträgliche zuschreibung ist an den sosan wenn ich mich nicht total jetzt irre haben glaube ich auch textstudien ans licht gebracht dass das auch aus einem ganz anderen zeitalter stammen muss also diese es gibt schon einige frühe frühe schriften aber das shin shin mei das ist ja auch sehr poliert sehr in form gebracht und das deutet eigentlich darauf hin dass das aus einer späteren zeit kommt also auch wenn man sich die koans anguckt wenn man so an der frühesten stelle sind diese koans auch noch nicht so poliert wie sie dann später im moment kann und im hekigan loku oder beim kesan in denko loku und das shin shin mei das ist schon sehr sehr schön wie ist da so alles wie man fast schon dialektisch also der der große weg ist nicht schwer du musst nur vom wählen loslassen und so weiter und so weiter und wie das wieder wiederholt wird also es ist natürlich richtig dass es dem sosan wenn es nicht der doshin war aber wenn das sosan steht dann war es wahrscheinlich dem wird es zugeschrieben aber ich schätze mal dass das die nachwelt war wie es ihm dann angedichtet hat ja ja weiter geht es dann bis zum fünften bis zum konin bzw hongren wenn ich ihn richtig aussprechen und da findet ja das erste mal so eine gewisse spaltung statt diese berühmte geschichte mit den beiden gedichten hui neng auf der einen seite der küchenjunge und holzfäller der weder lesen noch schreiben kann was ihm der legende nach angedichtet wurde und auf der anderen seite der jinschu der der obermönch des klosters bei beim konin ja dann das gedicht verfasst hat der körper ist der bodhi baum oder so ähnlich genau wobei wenn wir jetzt von spaltung sprechen es ist wichtig sich zu vergewertigen dass zu der zeit gab es noch keine sen schule in china gut wir sagen immer der bodhidharma das sen von indien nach china gebracht und dann wurde es von mann zu mann sechs generationen weiter gegeben aber damals es gab klöster aber es gab nicht hier ein sen kloster und da ein tendai kloster und hier ein esoterisches kloster sondern alle mönche waren zusammen also mal wieder ok beispiel philosophie an der uni es gibt ja nicht ein heidegger eine heidegger uni und dann eine eine witgenstein uni sondern du gehst hier und da studierst du alles mögliche zusammen und erst später wurde das dann sozusagen gesagt ja an dem punkt haben wir uns geteilt aber die sen mönche zu dem zeitpunkt die lebten in mit anderen mönchen zusammen in buddhistischen klöstern die die kein etikett trugen und verstanden sich vielleicht zu dem zeitpunkt auch noch gar nicht alles hier ich bin sein und du bist mehr als was ich was ne ich glaube das war alles noch sehr viel flüssiger zu dem zeitpunkt ja das scheint ein ein merkmal unserer heutigen zeit zu sein dass diese diese trennung tatsächlich immer wieder auch hervorgehoben wird und die die rinzer leute da und die soto leute da und die sitzen ja nur vor der wand und die arbeiten nur mit koan und dabei dabei so wie du eben schon gesagt hast dogen hat genauso mit koan praxis gearbeitet und bezogen um dogen kommen ja gleich noch zu einer geschichte die ich jetzt aber die die mich einfach auch berührt hat als ich die gelesen habe auf dieser seite die und du uns auch weiter geschickt hast wo letztendlich zu diesem zu diesem vorfall mit den beiden schülern von konin auch diese 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 bezeichnung nordschule südschule oder diese diese denunzierung das muss wohl auch von einem schüler von hui neng der dann um seine eigene schule hervorzuheben hat er quasi die nordschule die sind diesen namen gegeben hat gesagt hey die machen was ganz anderes und die machen falsch und wir haben ja die schale und das gewandt und da muss wohl auch ja krieg und er muss wohl böse gegen den jinschuh und die nordschule hergezogen haben das was der domolan in seinem in seinem buch reinschreibt ja wobei es unabhängig davon die nordschule oder diesen zweig dann der 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 buddhistischen richtung der auch irgendwie zwei drei vierhundert jahre später auch ausgestorben ist da gab es keine weiterführung der linie deswegen hier in der grafik so ein bisschen grau grau gemacht der zweite schule die nordschule für uns vielleicht heute noch wichtig es gibt ja die berühmten zehn ochsen bilder und da heißt dass das die aus der nordschule ursprünglich stammen also insofern hat die nordschule auch heute noch einen gewissen einfluss auf ja und unser senden insofern als wir zum beispiel diese zehn ochsen bilder gerne lesen ja genau das ist ja der punkt den dann auch der schüler von hui neng der der jinschuh war ja er der schüler von hui neng angegriffen hat die nordschule würde ja so ein allmähliches nämlich zehn ochsen bilder entspricht dem ja dann auch so es gibt ein allmähliches und die südschule würde dieses plötzliche lehren wobei ich auch glaube dass das tatsächlich nicht durch die meister nicht durch hui neng oder jinschuh sondern tatsächlich dann durch die schüler hervorgehoben wurde und und immer wieder raus posaunt wurde um ihre eigene stellung als schule das gab es ja in china auch sehr stark das hatten ja die kampfkunst schulen glaube ich auch dass die ja sich so sich gegen gegen andere dann behauptet haben oder behaupten mussten ja aber mit denen mit den ochsen bildern dass die zur nordschule gehören das wusste ich auch noch nicht ja ja so genau weiß man das glaube ich auch nicht aber sie gehören also ich meine den beim dogen findest du die nicht und wann sind die im rinsai aufgekommen also ist nichts was du im alten rinsai im chinesischen rinsaisen erwähnt findest und auch nicht im fotosen sondern erst was was später entdeckt ist jetzt auch falsch aber also ich kann dir jetzt nicht genau sagen wer das wo schreibt aber ich habe das irgendwo gelesen dass die bilder ursprünglich glaube ich aus dem aus der nordschule kommen beziehungsweise es gibt ja die sogenannte ochsenkopf schule die sich nach dem vierten patriarch abgespaltet haben soll die man auch nur selten erwähnt findet aber die auch manchmal in diesem zusammenhang dann erwähnt wird der ochsenkopf also dass der name des berges dass also das gab dann offenbar schon nach dem vierten patriarchen da so eine linie die sich abgespaltet hat von der man dann aber hinterher auch nur noch sehr sehr wenig gehört hat ja auf der anderen seite gab es dann den durchaus berühmten hui neng wobei genau auch hier so wie wie du ihm gesagt dass wo letztendlich die nachfolgenden generationen dem dem hui neng halt einfach ganz viel angedichtet haben an legenden und so weiter um ihn empor zu heben und damit sich selber als siebter patriarch entsprechend auch wieder hervorzuheben hui neng der der küchenjunge der im kloster von dem hongren drin war und immer irgendwo hinten reizstampfen war bis er dann das gedicht von dem anderen gehört hat angeblich der legende nach und dann irgendeinem offizier gesagt hat ja finde ich ganz gut das gedicht aber knall mal mein gewicht sprühen wir hier mit graffiti mal an die klosterwand das andere gedicht und dann hat ihn ja der der hongren irgendwie mitten in der nacht dann über den über den fluss und hat ihm gesagt geh lieber weg sonst wirst du vom mob gelünscht genau das war der hui neng und gründung dann der südschule wobei das habe ich in dem demolant gelesen südschule und nordschule bezog sich ja nicht auf etwas geografisches also es war nicht man konnte china in der mitte teilen und hier war süden da war norden und und da waren diese schulen vertreten sondern es war einfach ein vokabular was man verwendet hat unabhängig der geografischen zuordnung ist ihr warum das plattform sutra von hohen nengen plattform sutra heißt plattform ist glaube ich dieser erhöhte sitz habe ich irgendwo mal gelingen war angeblich sehr klein klein und musste immer auf seiner großen fläche stehen damit man sie und da hat er verkündet ja wobei ich glaube ich also man kann sich das bei wikipedia durchlesen gelesen habe dass auch das plattform sutra von der ochsenkopf schule beeinflusst worden sein sollen also beziehungsweise dogen sagt ja das plattform sutra ist eine fälschung weil er da glaubt der der enno der der hui neng hätte das so nie geschrieben aber auch historisch kann man sich halt auch beim plattform sutra nicht total sicher sein dass dieser holzhacker das tatsächlich so geschrieben hat oder ebenso wie rembrandt auch das haben die schüler halt doch weitergeschrieben sozusagen für den meister naja also ich fasse mal zusammen jeder hat von ihm abgeschrieben und die ganze linie ist eigentlich nicht vertrauenswürdig null ja ich habe eben auch schon den titel von von kodo savakis buch sen ist die größte lüge aller zeiten den hatte ich auch schon im kopf ja man könnte auch positiv sagen das war halt team team arbeiten die hatten das nicht so wie wie wir heute dass das kommt von mir ich habe da jetzt ein copyright drauf und jeder der das von mir klaut den verklag ich sondern dieser hatten halt eher das gefühl ja wir sitzen halt gemeinsam in diesem boden und wer jetzt da am meisten gerudert hat das spielt eigentlich keine rolle jeder gibt da seins und dann geben wir halt dem bootsmann dem kapitän der ganz vorne sitzt die ehren aber da haben andere glaube ich auch dran mit arbeit mitgearbeitet im wahrsten sinne des wortes wechselseitige abhängigkeit ja genau 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 ja woher kommt es ja ich meine die die geflüsterten weisheiten die die jesu verkünden die sind ja auch nicht auf unser mist gewachsen ja also das wort was du jeden tag sagst ja so gehört gehört nicht dir ja genau ja trotzdem eine eine zentrale persönlichkeit wenn auch im nachhinein vielleicht dazu gemacht ich glaube zu seiner zeit war er relativ unbekannt und war jetzt nicht so dass man gesagt hat oder ist der große das wurde alles im grunde dann erst in den generation danach zugedichtet wobei ich hier vielleicht bevor wir in diese trennung der beiden hauptlinien reingehen ich habe den joker gengaku noch mit hinzugefügt auch wenn nach ihm keine weitere linie entstanden ist der ist aber auch von dem hui neng also gengaku war derjenige der durch das studium von wie man lackiert die sutra erwachen verwirklicht hat und hat keine bestätigung dafür bekommen ist dann aber wohl zum hui neng gegangen hat eine nacht dort verbrachten kurzer kurzes kurzer austausch zwischen den beiden und ist danach wieder weitergezogen man weiß letztendlich nicht großartig viel über ihn aber auch von ihm einer der älteren texte wenn er den denn überhaupt geschrieben hat shodoka satori hier und jetzt ist das ein text der im rinsai auch geläufig ist dirk shodoka also das sagt mir jetzt nicht glaube ich aber das liegt jetzt glaube ich nicht am rinsai sondern eher an meiner unwissenheit ich glaube dass der im rinsai wird das auch schon dazu also dass der einzige text der mir jetzt einfällt der im soto sehr viel bedeutung hat und im rinsai praktisch keine ist das hando keine aber hoch nur sammai shinjin mei shodoka sind auch im rinsai total wichtig das sind so die die standard in china entstandenen texte auf die man sich stützt und ich persönlich mag diese shodoka sehr viel lieber als das shinjin mei weil es eben noch nicht so poliert ist also in dem shodoka da fühle ich auch noch da da liest man zwischen den zeilen so diesen kampf den es offenbar zu der zeit gab auch um die eigene identität als sen schule und diese kritik die die wahrscheinlich von außen bekommen haben also bei dem shodoka da könnte ich mir vorstellen dass das tatsächlich ein sehr sehr alter zu sehr früher zeit schon entstandener text ist und für mein gefühl shinjin mei kommt historisch eher dahinter das ist schon sehr schön poliert und ja shodoka das ist der text der beginnt mein lieber freund siehst du da den menschen der aufgehört hat zu suchen und zu tun und zu machen und sich vom leben tragen lässt oder so ähnlich ja genau ja ich habe den ich habe den insbesondere reingenommen einfach weil das einer der wesentlichen text ist die zumindest in der tradition die ich kennengelernt habe tatsächlich auf sechin dann auch morgens zusammen mit dem herzzutra rezitiert wird das herzzutra ist im grunde jeden morgen dabei und abwechselnd mal das shodoka mal das shinjin mei das shinjin mei haben wir glaube ich nicht weil das relativ lang ist haben wir glaube ich nicht so als text mit drin aber der sandokai und auch das hokio sanmai wird dann im wechsel mit dem shodoka rezitiert ja der übernachtungsgast der nur eine nacht bei hui neng war letztendlich von ihm die dama übertragung der legende nach oder der der geschichte nach bekommen hat aber nicht weitere erwähnung gefunden hat also wiederum selber nicht irgendwie eine neuen linien zwei gegründet hat im gegensatz zu diesen beiden großen und hier fängt jetzt schon langsam auch die 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 geschichten insbesondere aus dem rinzai die koan praxis an oder die die koans die ersten entstehen gerade was dann basso angeht oder dann später hier kujo oder obakku da sind ja namen die dann auch im rinzai durchaus geläufig sind wollen wir erst mal starten bis jetzt weiß jakujo nicht wie akujo so jakujo jakujo ja 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 was so hier matsuda jui was so das war halt eine ganz besondere person der hatte wohl 139 nachfolger und das war letztendlich auch die naja die inspiration die die bei bei rinzai den hals wirklich dann findest ja also das war und der man hat gesagt wenn der geschrieben hat dann waren deine ohren drei tage lang taub wird die legende nachgesagt und dafür dafür der war dafür bekannt dass er ihn gestoßen und geschlagen und beschrieben hat so aber auch ein paar kluge sachen gesagt zum beispiel dieser geist oder war das so auch der mit dem ziegel polieren saß der basso irgendwie im garten und dann kam vorbei und fragte denn was treibst du da war das so genau wo er dann sagt hier ich versuche daraus ein spiegel zu machen ja ich versuche buddha zu werden und nagako fängt an diesen ziegel irgendwie an dem felsen zu reiben das gibt ganz böse geräusche und der basso sagt hier was treibst du da und der will aus dem ziegel den spiegel machen genau also ich habe noch im ohr des basso ich will jetzt aber nichts falsches sagen oder ist das was ich gehört habe wohl auch der pferde gesichtige genannt wurde was so weil er wohl so aussah wie ein pferd also ziemlich große lücken manchmal wird auch so dargestellt und so ein eindrückliches äußeres glaubt er hat ziemlich angst und schrecken verbreitet unter seinen lakaien da du hast zumindest die bedeutung der der schriftzeichen mit denen man basso schreibt also war es das pferd und so ist der der ahne wobei ich davon ausgegangen war dass das der name von dem berg ist aber vielleicht ist es tatsächlich so dass er so aussah und das ist so ein spitznamen der pferde ahne von dem gibt es auch ein relativ bekanntes zumindest in japan bekanntes traktat ich habe jetzt leider den namen vergessen wobei es natürlich auch sein kann dass das ihm nur zugeschrieben wird aber er hat auch tatsächlich schriften hinterlassen die auch heute noch studiert werden zumindest von budologen allgemein dirk im im rinzai zen also die die wir haben jetzt eben die texte hier shodoka shinshin mei und so weiter die halt morgens auch rezitiert werden das gibt es dann abbasso und so in der rinzai tradition weniger da ist diese koan praxis und mit denen mit diesen texten mit diesen geschichten wird gearbeitet aber das ist so diese diese texte gibt wie dann rukio san mai und so weiter werden die im rinzai auch erörtert oder studiert kommentiert und so weiter gibt es meine berühmten rinzai meistern die schriften von denen oder ja ja also das rinzairoku wird ja als koan praxis bearbeitet komplett genau wobei nun dann auch wirklich die koans aus dem aus dem rinzairoku aus dem ganzen buch selber raussuchen muss das schon das erste koan stehen da gar nicht nur marie drin sondern ich musste die dann selber suchen welches koan kommt jetzt als nächstes und dann so genau also rinzairoku ist halt und da natürlich die ganzen koans in denen die halt auftauchen das sind ja auch mal abhandlungen teilweise ziemlich lang und dann kannst du halt dazu nachschlagen und sich über die leute informieren wobei es da weniger um die geschichtszahlen natürlich geht um das leben sondern man sagt immer dann während der koan praxis du musst zum meister basso werden oder du musst zum rinzai werden und das ist denn keine das ist denn keine theorie oder so ein theater stück oder so sondern das ist wirklich so dass du in die erfahrungsebene eintauchst also sprich es geht ja darum während der schulung zuerst die lehrheit bei sich selber zu erkennen die lehrheit der dinge zu erkennen die lehrheit im gegenüber zu erkennen und dann aus der lehrheit heraus sozusagen auch die weisheit der meister zu beleuchten sondern beziehungsweise wirklich in die erfahrungsebene einzubringen und die hauptschulung besteht schon darin von seinem von seiner eigenen person erstmal völlig abstand zu nehmen sich zu entledigen und dann die natürlich auch die persönlichkeiten so zu verkörpern dass es zur lebendigen erfahrung wird und in der resonanz zu den verschiedenen personen wieder alle verzeichnet sind so entdeckst du auch die resonanz zu deiner eigenen person wieder zu dem zu dem individuellen kosten oder dort und so und so kreiert sich sozusagen unter dem kompressionsprozess kreiert sich deine originalität im idealfall so also du wie sagt man im schamanismus jetzt was berichtet ausgedrückt du erlebst die von innen her und eine scheinbar theoretische erfahrung die machst wenn du dich zum beispiel mit drin sei gibst wird dann zur eigenen erfahrung so das ist vielleicht die spirituelle herangehensweise so also da wird weniger werden weniger die die texte an sich den der sinngehalt der texte reflektiert als ja als der meister in seiner art und weise wie er jetzt hier leben würde so also meine die frage war immer wo ist jetzt drin sein wo ist jetzt obakon wo ist so der muss dann du musst du da sein muss es sein so ja hast du noch was zu den hier jetzt ich habe einige rinsai meister die insbesondere auch in den quants vorkommen gute nansen joshu willst du uns dazu noch eine geschichte präsentieren also ja klar also gute ist ja der mit dem einen finger so der hat immer ein finger gehoben also der nichts anderes gemacht so keine großen erklärungen immer wenn er gefragt wurde was denn ist der eine finale also die kohans kann man ja nachlesen so aber die hatten alle ihre besonderheiten zum beispiel joshu das war ein typ im gegensatz zur bin sei so wird es eben so auch beschrieben dass der belegt wann er gelebt lebt hat das jetzt ziemlich alt geworden und dass man wohl leiser typ der hat meistens auch wohl nur gefüttert und war ziemlich mehr gefragt hat ein hund die bruder natura eben in china und so hat jeder seine sozusagen auch als seine freiheit verkörpern mein lehrer hat immer gesagt der meisterschaft macht nicht aus dass du ziemlich viel weiß sondern gut er hat ein finger gehoben der war der meister im finger heben ja weiß ich nicht vielleicht was du torsten irgendwann der meister am arm nehmen keine ahnung aber die ausschließlichkeit war muss eindrucksvoll gewesen sein so gehst dahin in seinen heiligen tempel und der meister kommt rein alle warten und hebt seinen finger so ich habe das bei bei euroshi erlebt im hobo die wo der kam rein alle mönche haben den sozusagen dahin begleitet und der hat dann drei sampeis gemacht da sind die tränen laufen da hast du gemerkt so das ist nichts anderes gemacht als da im kloster zu bieten bis dann bis zu seinem 104 lebensjahr so ja was macht was macht meist daraus ja so das ist ja die frage überhaupt ich meine den ort hier habe ich ja wolkentor genannt nach meister um und so das ist ja der der im moment kann und im higigen robo am meisten vorkommt ja das im prinzip eingefärbt können ja mal auf die andere seite das fand ich interessant der der um morgen den gerade ansprichst der kommt ja insbesondere im rinsai vor entstand aber wiederum im grunde hier aus der wobei soto spricht man ja erst hier seit dem tosan von aber von dem der angeblich das handukai geschrieben hat sekito kiesin durchdringung von essenz und erscheinung der der hat wiederum den linienzweig gehabt der dann mit um und oder ein zwei generation nach um und geendet hat genau genau also es kommt toksan weiß nicht den chinesischen begriff toksan ist ja der mit seinen schalen ist vielleicht auch bekannt und dann kommt sepo hier ist er und dann kommt um und die tauchen auch im umunkan auf also toksan heißt ja berichtige mich bitte nur aber der tugendhafte kann das sein so habe ich das jedenfalls gelernt auch hat auch die prinzipien und die die regeln und so ziemlich befolgt und dann gibt es ja dieses koan wo er aufs sepo trifft also seinen schüler letztendlich also der meister kommt zum essen oder will essen gehen er ritualisiert kloster klar geht zum essen mit seinen schalen und sepo ist dann als küchen in der küche eingeteilt und sagt hier meister die glocke hat noch nicht geschlagen die trommel wurde noch nicht hat und ist noch nicht enttönt du bist zu früh zum essen so und dann geht der toksan einfach wieder zurück zu seinem zimmer und wartet da und da wird ja so ein koan kreiert dann dass der sepo dann eben zu dem vorsteher geht und sagt hier der meister der ist zu früh zum essen gekommen und er sagt denn das letzte sendwort hat er noch nicht erst mal sehr berühmt und so das letzte sendwort hat er noch nicht also das ist so wie die historie hinter dem koan und dann geht es eben weiter mit sepo zu um und so da gibt es mehrere koans auch gut was ist so was ist was fällt ihr als erstes koan als erste geschichte zu um und ein ja um und zum beispiel taucht auf als tosan zu um und geht da gibt es im korn um uns 60 schläge und das ist ganz interessant da gibt es ja dieses um und rocko also die worte vom wolkentor berg der hat in china hat gelebt auf dem wolkentor berg so danach wurde er benannt wie viele andere sind meist eben auch nach den orten benannt worden und da gibt es den japanischen buddhismus forscher 1924 war das glaube ich und der ist da zum wolkentor berg in dieses kloster gegangen weil ein paar geschichten davon gehört hat und hat da noch ein mönch entdeckt und eine ruine und zum tempel und das war ein ganz bekanntes kloster von dem aber keiner mehr wusste wo tausende von mönche gelebt haben also eine geschichte steht immer drin dass nie weniger als 500 mönche da waren und auch der mönch der da war wusste gar nicht wer der vorsteher da war so beschreibt der japaner das der forscher und da gab es noch zwei steintafeln die lang da so im dreck ziemlich verpackt und daraus sind so die koans entstanden weil die sachen wieder eingemeistert worden die wurden wohl 15 jahre nach dem tod des meisters aufgezeichnet es gab dann noch die die mumie die da entdeckt wurde also wenn man da hin fährt der sitzt immer noch sozusagen da aufrecht auch eine ganz spannende geschichte dass der sozusagen beerdigt wurde und dann ist einem irgendeinem beamten da in der provinz im traum erschienen der legende nach und im traum hat er gesagt dass die der sarg wieder geöffnet werden sollte als sie den geöffnet haben war der meister nicht verweist das ist die legende und seitdem sitzt er noch da und eben aus diesen steinkafeln sind dann die koans entstanden und die die lebensgeschichte nachgezeichnet worden und dann wurde das kloster wieder neu aufgebaut und dann gibt es noch also ich meine schlag dass mumon kann auf und du siehst überall um und um und um und so meister wollten und der hat mich so inspiriert und deswegen habe ich den ort hier auch so genannt weil der für mich so ein bisschen von außen betrachtet so eine art von völlig neben der spur also wenn du das liest denkst du der hat ein rad ab was der manchmal so sagt und andererseits sehr bewandert und trotzdem genau treffen das ist immer so das besondere dass du denkst von außen das ist ja völlig abstrus hat überhaupt keine logik in sich das ist nur dazu da um die leute zu erschüttern oder die schüler aus dem denken auszubringen und trotzdem ist damit eine totale treffsicherheit verbunden und sehr tiefe intellektualität so haben wenn wir hier noch mal hoch gehen hui neng und die zwei linien die sich dann oder die beiden hauptlinien die sich zu der tankzeit dann ergeben haben auf der einen seite seiken dioshi auf der anderen seite nangaku ejo wir haben jetzt eben schon so ein bisschen den basso und so die die anfänge des rins sei oder die in dieser zweiten hauptlinie angesprochen auf der anderen seite sekito kisen jakusan igen und ungern donjo relativ unbekannt also von denen hat man nicht jetzt irgendwas gelesen oder an texten oder ähnlichen bis es dann in der in der ersten hauptlinie tor zu tosan ryukai kam der gemeinsam mit seinem wichtigsten schüler dem so san quasi die soto linie gegründet hat die shao dong schule muhr du hast eben gesagt eigentlich in indien und auch zu beginn nach bodhidharma da haben sich die da haben sich die praktizieren noch gar nicht als chan oder sen schule verstanden sondern es war einfach eine buddhistische schule die sich mit der meditationspraxis insbesondere auseinandergesetzt hat und hier jetzt ab diesem augenblick auf der anderen seite rins sei auf jeder seite auf der linken seite tosan die beiden die dann quasi angefangen haben dass daraus tatsächlich eine schule und dem ding einen eigenen namen zu geben ja also ich könnte mir vorstellen dass so ab dem sechsten patriarch in das so ein bisschen eine form annahm wann die dann das das findet man glaube ich auch die auch bei die mono wann es dann tatsächlich auch sein tempel gab die sich ausschließlich der sen praxis widmeten aber was man jetzt vielleicht erwähnen könnte du sprichst von diesen zwei hauptlinien also in china spricht man ja immer von den fünf häusern ja also die eine sen schule und die fünf häuser das sind zum einen rinsa und soto was wir dann noch heute haben dann gibt es die um mon schuhe auf japanisch ausgesprochen also die wolken schuhe schule vom mon und es gibt noch zwei andere hogen und die die auch dann ausgestorben sind nach einigen generationen die man dann aber auch in numunkan oder hekigan loku findet also ist ja nicht so dass numunkan und hekigan loku dass es rinsai deshalb gibt es nur rinsai meister sondern tauchen auch soto meister auch ne also es gibt diese fünf schulen die sich um diese zeit dann jeweils so ein bisschen abgespalten haben und rinsai das war halt der der immer mit der faust da war uns um morgen ist glaube ich auch berühmt dafür dass er oft immer nur ein ein wort gesagt hat damit alles in ein wort hat hogen und igio von der einschule heißt es dass es da so ist als ob der meister und der schüler zusammen im japanisch sagt man kotatsu also im winter da gibt es diese tische die von unten geheizt wird und da sind die ist die ganze familie steckt die füße und ich glaube das ist das besondere an entweder hogen oder igio schule dass da eben nicht so dieses aufeinandertreffen ist sondern eher der meister an der schüler die da gemeinsam sozusagen ihre füße unter den stück stecken aber wie gesagt die beiden schulen beziehungsweise die drei schulen mit dem mon dazu die gibt es nicht mehr und bei soto gibt es verschiedene theorien warum man das überhaupt soto nennen aber ich glaube die überzeugendste ist was du gerade gesagt dass das das so von dem schüler und das to vom lehrer zusammen so macht wobei es ein bisschen überraschend ist dass der schüler dann nach an den kopf gesetzt wird dass der meister so ist nur und das andere problem ist dass der sosan ja eigentlich gar nicht mehr teil der linie ist die dann überlebt hat aber es gibt sonst eigentlich keine guten erklärungen wir das so tone ja ja ganz genau die die der deswegen habe ich hier mit einem mit einem separaten pfeil markiert der sosan war zwar schüler vom tosan aber nicht derjenige in der linien weitergabe sondern das ist dann von von tosan im grunde hier dann direkt weitergegeben worden an den ungo dojo dann einige mehr oder weniger unbekannte persönlichkeiten auf jeden fall was meinen kenntnisstand angeht und dann finde ich auch ganz interessant tanker schi schon der dann an den wandschi ist auf der einen seite weitergegeben hat wobei wandschi auch so für sich alleine steht oder hanschi für sich alleine steht auch nach nach ihm ging es nicht weiter wobei sein buch kultivieren des leeren feldes im grunde auch eine schatzkammer an an korn an korn aussprüchen ist ja kennst du das dirk er muss husten okay beziehungsweise was der dirk vielleicht er kennt ist das show your loku also es gibt ja auch im soto koan sammlung aber das denke loku natürlich aber auch der wandschi der hat das das show your loku sammlung 100 koans zusammengestellt ja und es gibt dieses kapier dieses längere gedicht dass der dogen senji im sasen shin zitiert eine nadel für sasen und dann seine eigene version was hier vielleicht noch ganz interessant ist drei generationen vor dem wandschi da ist ja du schreibst taiyo kegen auf japanisch ich kenne ihn eher als kyogen oder ist nicht so wichtig also ein schriftzeichen dass man sowohl ke als auch kyo lesen kann von dem taiyo kyogen heißt es dass er zwar viele schüler hatte aber die hatten alle schon dama übertragung von anderen meistern und gegen lebensende er konnte keinen schüler finden dem er seinen dama noch weitergeben konnte weil alle hatten schon dama übertragung und da gab er offenbar einem rin sei meister sozusagen wie sagt man also die dama übertragung sowie eine leere rechnung sozusagen also ohne namen und sagte dem bitte wenn du einen findest der wert ist mein schüler zu werden dann gibt bitte dem diese dama übertragung damit die foto linie nicht ausstirbt sozusagen das heißt der tosse der tosse der dann an der nächsten stelle kommt der ist taiyo kyogen nie begegnet die beiden sind sich nie begegnet sondern dazwischen ist ein rin sei meister der von dem taiyo kyogen beauftragt wurde und da hat er den tosse getroffen und gesagt ja hättest du vielleicht mal lust der dama nachfolger in der foto linie zu werden sagte okay okay ja herrlich mache ich und das ist natürlich ein bisschen wie sagt man schwierig insofern als dogen und andere darauf bestehen dass dama menschen also von gesicht zu gesicht weitergegeben werden wie ist das möglich dass man das sozusagen das im brief sozusagen pdf verschickt wenn du jemand kennst der es würdig ist bypassing genau ne okay ja so eine schwachstelle wenn man das so als kette kette betrachtet da so der die schwächste verbindung in der schwächste glied tanker schießt schon wie gesagt er hat dem dem wanschi auf der einen seite der durchaus einen gewissen bekanntheitsgrad erreicht hat durch seine gedichte auch dogen glaube ich hat sehr viel von ihm gehalten aber gleichzeitig hat der wanschi selber nicht jetzt eine einen neuen linienzweig sozusagen erschaffen oder entwickelt es ging dann über einige weiter bis es dann zum tendoniojo weiterging und da gehen wir gleich noch mal drauf ein tendoniojo bei dem dann wiederum dogen war wenn wir uns jetzt noch mal auf die andere seite begeben hier oben haben wir ja dann den basso den wir eben schon angesprochen haben der es dann wiederum an den herrn weitergegeben hat dessen namen nicht aussprechen kann hier kusho dirk ja kusho jakusho 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 akusho der es an den obakku obakku gab es doch auch eine eigene eine eigene schule oder obakku schuh in japan aber es ist im grunde wie also rin sei wurde rin sei schuhe wurde zweimal von china nach japan gebracht erst mal um die zeit von dogen ja dann ich schätze mal 400 jahre später kam ingen heißt der kam der ingen aus china das war auch ein ring sein meister aber es gab halt schon die etablierte rin sei schule in japan und deshalb gab er seiner schule dann halt den namen obakku also die meister von rin sei aber es ist im grunde nicht so verschieden also in japan wo sie sich unterscheiden ist zum einen die aussprache der sutren also zu der zeit von indien wurden die sutren anders ausgesprochen ausgesprochen als in der rin sei schule in japan damals und insofern also der stil bei der sutren lesung ist ein anderer aber ansonsten ich glaube die obakku schuh wie du richtig gesagt hast und rin sei schuh in japan unterscheiden sich nicht so sehr sie haben auch eine gemeinsame homepage also wenn du zur homepage geht von lin sei schuhe dass die nennen sich liegen o schuhe also das lin von rin sei und das o von o bakku lin o net oder heißt das glaube ich wollten sie dem tosan und zosan nachmachen ja vielleicht vielleicht ja das was du gerade das was du gerade schon angesprochen hast es ging ja dann rin sei ist natürlich eine starke persönlichkeit innerhalb der rin sei schuhe der dirk hatte eben schon das rin sei rocco angesprochen als text als überlieferter text es ging von von rin sei aus ging es dann eine ganze zeit lang relativ unbekannte größen verbessere mich dirk wenn es nicht stimmt also hier die fünf die hier auftauchen da hat man jetzt keine texte keine koan keine keine erinnerung großartig dran dazu ist schon ziemlich bekannt da gibt es auch ein kurs zu also da gibt es sogar zwei korns und kätztus staubkorn und kätzt und das damals siegel der patriarchen das sind sogar sehr wichtige korn so ok ja also was ich vielleicht noch sagen wollte mach mal ein bisschen weiter hoch ganz kurz noch mal also runter also oben bei huang po o bakku da gibt es auch ein ganz schönes korn ist sogar mein lieblings korn zwischen jaco jo und seinem nachfolger obakku oder das mit der ente nämlich als die spazieren gehen und der meister fragt ihn dann was ist das als also wild enden davon fliegen sieht und er sagt das ist eine wild ente und dreht die die nase um und der fängt an zu schreien und der hält fest und dreht und dreht und sagt wo sind sie hingeflogen so das ist so das korn die kornfrage und das spannende ist schon wenn man liest die die zueinander stand da muss man schon sind diese pfeile wieder drauf sind das sieht ja immer so theoretisch aus aber muss schon sehen dass die jahrelang verbracht haben auf dem kloster ja die haben es gibt bestimmt auch dama übertragung da war es nur ein kurzes intermezzo aber ansonsten sind das halt leben die zusammen sich begleitet haben die sich erlebt haben miteinander genauso wie die blumen predigt kashiappa und der buddha der legende nach so man muss ja sehen die haben sind miteinander rumgezogen die kannten sich in und auswendig man sagt ja immer der eine hat den anderen ins herz gesehen oder das passiert in der beziehung also das ist jetzt nicht irgendwie bloß so dokumenten weitergabe sondern die haben einander gelebt erlebt die haben sich abgeschliffen und die haben sich geliebt könnte man auch sagen oft oft ist ja dass die schule auch den meistern bis in den bis in den tod oder bis ins hohe alter hinein dann gepflegt haben und sich darum gekümmert haben und so weiter also auch bei genau bei rinsai und oberkuh das waren ja ein vertrauensverhältnis man sagt ja auch rinsai war ein sehr schüchterner typ also darum geht es ja auch im ausgleich immer es geht immer um ausgleich der hat sich nie was getraut also der war ganz schüchtern und hat in der küche gedient und war viele jahrelang im kloster und hat da alles befolgt ja und das war seine schulung und irgendwann hat der obermönch gesagt so jetzt geh mal zum meister und befrag ihn mal über das buddha dama hat er sich wohl geziert und ist dann aber da hingegangen und oberkuh hatte nichts anderes zu tun als irgendwie den fuß in der tür halb zu brechen und gesagt dass er abhauen soll so und daraufhin ist er dann zum anderen lehrer gegangen hat er gesagt hier also so wie muro das mal beschrieben und das fällt mir dazu ein du hast du mal gesagt du bist dann zu dem alten lehrer gegangen und hast gesagt irgendwie als du an den lehrer gezweifelt hast der rake mich noch erinnert und der hat gesagt wenn der schüler doof ist wird auch der meister dumm und so ähnlich war ja die beziehung da auch und der alter dann gesagt nee ich bin nicht dein lehrer oberkuh ist dein lehrer aber er hat ja alles gesagt hat dich mit einer wie sagt er mit einem seilbeizweig großmütterlichen liebe genau genau großmütterliche liebe obwohl das alles so brutal aussieht geht es um liebe und weisheit das muss man sehen und dann bist du ja zurück und ist auch eine weile geblieben so also dass um dem lebendigkeit vielleicht ein bisschen einzuhaufen das waren alles herzens angelegenheiten und leben die haben ihr leben gewidmet und miteinander als brüder miteinander gelebt ja das muss man sehen genau von den anderen da unten weiß ich wie gesagt zu ketsu die andere gleich mal gelesen aber nicht nur weil die jetzt nicht in irgendwelchen korns erwähnt sind heißt das ja nicht dass die ihren also dass die jetzt nicht wichtig waren ja vielleicht waren die auch sehr wichtig und am hintergrund halt gewirkt und haben sie nicht so hervorgetan ja dann geht es hier weiter zu seki so so in bei dem sich dann wiederum auch noch mal so einen linienzweig nach unten ergibt auch hier einige teilweise sogar ohne geburts- und todesdatum aber es wurde über diesen über diesen zweig der dann später abgestorben ist ging es weiter zu eisei und das ist das nur was du eben schon gesagt hast eisei hat ja brachte das rindseil nach japan 1200 also um den dreh wie es auch dogen rüber brachte und hatte einen schüler und das hat mich als ich jetzt dank deinem link mich noch mal ein bisschen mit beschäftigt hat hat mich das berührt dieser rionen mio zen war ein schüler vom eisei und der ist gemeinsam mit dem dogen weil es dann gestorben ist ist der gemeinsam mit dem dogen also dogen ist ist eine zeitlich für einen kurzen zeitraum ist er schüler von eisei gewesen also dogen war rinzai schüler richtig ja wobei damals in japan noch keine trennung zwischen tendai und 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 sind waren also der eisei spricht man in der regel aus der eisei war ein mönch der aber zum studium nach china ging und da da mal übertragung offenbar bekam aber er hat da nicht gesagt ich höre jetzt auf tendai mönch zu sein sondern er hat sozusagen innerhalb der tendai schule ein ein tempel gegründet in dem man vor allem sasen machen konnte und das war der ken ninji also die erste sen tempel der aber in den anfangstagen noch ein tendai tempel war und heute ist es einer von den hauptempeln der rinzai schule und der nachfolger vom eisei war wie du sagst des miosen und unter dem josen begann der dogen nach mit 14 15 16 jahren dann zu studieren also am anfang war auf dem hauptempel vom tendai und die haben ihm dann gesagt hier typ du stellst so viele freche fragen jemals zum josen und mach mal so sender und ob er dem eisei noch mal begegnet ist also der eisei starb ja dass der miosen 15 war das wird diskutiert aber die wahrscheinlichkeit ist äußerst gering und also der lag da wahrscheinlich schon auf dem krankenbett als vielleicht zufällig gerade dogen da beim josen angeklopft hat aber es unwahrscheinlich dass er dem da noch große fragen stellen durfte und dann ja als miosen miosen war da 4 40 jahre alt der ist ja mit 41 gestorben schon als der dogen 24 war sind die beiden zusammen nach china gefahren also das wird auch im sui monkey relativ ausführlich beschrieben laut sui monkey hat der miosen diesen wunsch gab nach china zu fahren aber da war gerade einer seiner lehrer und zwar nicht der eisei sondern ein anderer tender lehrer lag auf dem todesbett und sagte kannst du noch nicht ein bisschen warten mit der china reise denn ich liege hier auf dem todesbett und jemand muss sich um mich kümmern und der miosen fragte alle seine schüler was denkt ihr soll ich erst mal meinen meister pflegen und dann später mal nach china gehen oder soll ich gleich nach china gehen und alle schüler sagt nee also du solltest dich erst mal um den meister kümmern und die china reise hat ja noch zeit und dogen war der einzige der sich traute zu sagen ja kommt darauf an ob du mit einer erleuchtung hier und heute zufrieden bist oder nicht wenn du glaubst schon erleuchtet zu sein dann solltest du dich natürlich um den meister kümmern wenn du aber glaubst dass dir noch was fehlt dann ist selbst diese pflicht gegenüber deinem meister nicht groß genug um dich zurückzuhalten dann solltest du nach china gehen und der miosen sagte dann zwar nee es gibt keine probleme mit meiner erleuchtung ich bin zwar erleuchtet genug aber ich gehe trotzdem nach china und er dann nimmt dogen mitgenommen genau dann haben sie sich in china getrennt haben sich in china getrennt das was ich gelesen habe und letztendlich brachte dann dogen neben dem soto zen brachte dogen die asche von dem miosen mit weil der halt in china verstorben ist deswegen ist dann auch dieser linien zwei quasi ausgestorben weil es nach dem miosen nicht weiterging in china verstorben und dogen brachte dann seine seine asche mit ja genau also schon bei der einreise offenbar hatte der dogen schwierigkeiten da steht im tenso kyoku also der musste auf dem schiff bleiben und der miosen der wollte offenbar nicht warten der miosen ist gleich hat sich gleich auf die reise gemacht und hat seinen schüler dann noch ein paar wochen auf dem schiff gelassen ich weiß nicht wie das bei dir ist aber wenn du als mönch ordiniers bekommst du kommst du ja diese kettin jacke und bei uns in antaiji sind da beide zweige sowohl die foto linie als auch die rinsa linie auf der kettin jacke verzeichnet also die linie die du da jetzt rechts stehen hast nicht bei uns auch auf der kettin jacke und eben als rechts zufällig nach und links die foto linie das geht dann also nach dem sechsten patriarchen auseinander und dann geht es halt wieder bei dogen zusammen also bei der ordination kriegst du diese linie beziehungsweise musste selber mit pinsel schreiben und der dogen dann sowohl von rechts vom josen als auch von links vom tendon jojo ja den dharma übertragen bekommt und das geht dann wieder zusammen ne es ist in der des kettin jaco was ich also wohl mönch als auch wo die satwa ordination war tatsächlich nur eine linie die letztendlich wieder bei buddha endet aber da war da war jetzt keinerlei verzweigung interessanterweise drin haben sie sich wirklich nur auf eine linie dann geeignet deswegen war das für mich hier auch ganz spannend diese grafik zu erstellen und einfach mal zu schauen okay wie hängt das denn auch mit dem rinsa zusammen als ich dann jetzt diese geschichte gelesen habe dass der dogen ja gar nicht alleine also bis bis dato wurde mir immer weitergegeben ja der dogen hat sich irgendwann auf die reise gemacht weil er mit den japanischen buddhistischen schulen nicht einverstanden war und dann hat der dogen sich alleine auf die reise gemacht aber de facto stimmt das ja nicht eigentlich hat er seinen lehrer begleitet und hat dann durch zufall auf dem tendo berg seinen späteren meistern gefunden ja ja und in dem schiff das war mindestens dutzend leute na also da war noch einer der studierte chinesische medizin ein anderer der wollte glaube ich lernen wie man diese buddha statuen anfertigt also es war ein ganzes team von leuten die da gemeinsam die reise gemacht haben die sind nicht alle zusammen gereist aber die die weiterführende linie auch das hast du eben schon gesagt ist dann von dem seki so so hier weitergegeben worden und hat sich dann noch mal getrennt oder es gab wieder einen linienzweig bei dem go so hohen einerseits die rote linie schauen uns gleich an die weitergeht bis in unsere heutige zeit auf der anderen seite und deswegen habe ich das hier auch noch mal als als linienzweig mit aufgegriffen weil das mumon kahn letztendlich daraus resultiert ist von dem mumon ekai dirk ist das ist dieser linienzweig der ist dann ausgestorben es gab da keine es gab noch ein zwei generationen aber danach ging es nicht weiter das kann ich jetzt nicht verbindlich bestätigen aber alles halt um diese zeit rum 1200 als ja als dieses als diese reise nach china und dogen halt eben auch das soto sendern mitgebracht hat also die jahreszahlen die faszinieren mich ja sowieso auf der ganzen zeichnung im achten siebten jahrhundert wo das anfängt im um und rock und vorwärts wirst du auch mal offen auf eine kleine denkreise eingeladen sich mal die jahreszahlen hier in europa zu vergegenwärtigen was hier los war zu der zeit also spirituell ja wenn du da ins kloster gekommen bist oder irgendwo warst du da war der abt der war ja gottgleich sozusagen aber zu der zeit als rinsaler gelebt hat oder so und der hat gefragt ja wo ist denn jetzt nun hier aber luke des war der mit den tausend augen so ist ja das korn wird vom sitz runtergezogen der meister und der schüler setzt sich selber drauf dann prügeln die sich ein paar mal oder so dass das das war ja eine unglaublich lebendige frische art das finde ich einmal faszinierend unvergleichlich was für eine spirituelle weite das hatte so im vergleich zum rest der welt aber so nebenbei ja ja letztendlich hier von dem ging es dann weiter an den engo kugeln der wiederum dass hikigan rocko geschrieben hat oder oder zusammengestellt hat die verschiedenen koane niederschrift von blauen felsen wo wo ist das haben das hier hier okay okay genau das war 100 jahre vor dem moment kann okay wir haben man wird gesagt der meister hatte in seinem doxernraum in seinem räumen ein riesen rollbild gehabt von diesen blauen felsen und deswegen heißt das hikigan rocko also niederschrift der blauen felswand das ist nicht irgendwie tatsächlich eingeritzt gewesen auf irgendwie nach einer felsenwand oder sowas wie also ich habe das so um hören sagen ich war ja nicht aber das soll so gewesen sein dass da ein riesen rollbild nach ihm also nach dieser nach dem hikigan rocko gibt es ein paar generation weiter und dann kommt der dayo kokushi was wo eben angesprochen hat der das rinzai quasi ein zweites mal nach japan gebracht hat oder oder gegründet hat ist das der den du eben meintest wo ja also er war nicht der einzige also es gibt da auch noch den enni benen der im tofuku der den tofuku sie gegründet hat dayo kokushi war das setzten juli also es gab verschiedene zu der zeit ne also der es sei war der erste danach gingen josen und dogen rüber aber danach das waren einige also es war nicht nur einer es waren einige die dann parallel zu der zeit das aktuelle rinzai aus dem china dieser zeit gebracht haben also wir sprechen ja also wenn man von den dynastien spricht wir sprechen hier über die sung dynastie und oft wird gesagt dass das china der tankzeit das goldene zeitalter war also die zeit wo typen wie tosan rinzai joshu gelebt haben aber tatsächlich wie sagt man in form gebracht oder oder ja ja eben poliert und dann verpackt wurde das ganze in dieser zeit also zum zeit und wie du siehst also hekigan loku um 1100 mumonkan um 1200 als dogen nach china kam gab es das mumonkan wahrscheinlich gar nicht vom hekigan loku heißt es dass es sich in der nacht vor seiner abfahrt zurück nach japan kopiert hat und das war dann auch die zeit als dieser konflikt wie groß der konflikt war weiß ich nicht aber es gab da diese diskussion zwischen mokshosen mokshu ist auch der titel eines gedichts vom wanschi also wanschi war der repräsentanz von mokshu mokshu bedeutet schweigendes leuchten und auf der anderen seite kohansen also kohansen wurde damals populär und auf der anderen seite wanschi der nicht unbedingt ein gegner war von kohan aber der dann eher das schweigende sitzen favorisiert hat das hat sich wahrscheinlich auch erst in dieser zeit so rauskristallisiert und der dogen hatte ja auch ein bisschen ambivalentes verhältnis gegenüber rinzai im sui monkey hörst ihn oft positiv zum beispiel über die reden ich weiß jetzt nicht wo er hier in der tradition wäre aber die waren zeitgenosse genosse vom wanschi aber auf der rinzai seite auch einer der dieses kohansen mit ausgebildet hat und im show wo gen so oft hört man dogen ja den day sehr preisen und dann in manchen kapiteln aber auch eben kritisieren manchmal sagt der dogen ja der der day der hat überhaupt keine rede gar keine ahnung wovor dann gesprochen hat was glaube ich für mein gefühl auch damit zu tun hat mit diesem was wir ja auch jetzt im westen zum teil noch haben ja mache ich jetzt rinzai oder mache ich jetzt soto oder oder bei den kampf sportarten mache ich jetzt lieber aikido mache ich jetzt karate und wenn ich das tatsächlich mal in kampf verwickelt würde was ist besser und letztlich kommt es nicht auf diese frage an aber ich könnte mir vorstellen dass es auch zu der zeit von dogen in japan halt viele leute gab die da so am wankeln war und das zumindest zu einer gewissen zeit während seines lebens dogen ist wichtig für wichtig hielt den leuten zu sagen ja wenn ihr soto macht dann macht es richtig und vergesst die kohans und vergesst den daye senji und was da noch so noch so gibt aber ursprünglich als er in china ging also auch der tendo und jojo auf dem tendo berg heute haben wir die idee ja das war ein soto kloster wo er hingehen sonst wäre er kein soto meister gewesen aber da war vor dem tendo und jojo da waren auch rinzai meistern also es war halt so wie bei uns eine uni eine fakultät da ist nicht immer nur ein heideggerianer der da auf dem stuhl sitzt sondern da ist da halt auch mal ein analytischer proch oder was auch immer das war sehr viel flüssiger zu dem zeitpunkt ja dass die sich dass der austausch zwischen den den rinzai klöstern und den soto klöstern einfach auch sehr viel stärker war im grunde das was wir jetzt heute und auch beim letzten mal mit den mit den talks die wir veranstalten so ein bisschen dieses annähern und austauschen und sich gegenseitig dass die soto die rinzai meister eingeladen haben und umgekehrt einfach um voneinander zu lernen und halt weniger diesen diesen blickwinkel rechts und links und da irgendwie eine trennung eine künstliche trennung zu schaffen ja ja der nampo yo mojo hat wiederum oder beziehungsweise auf ihn kann man zurückführen sämtliche rinzai tradition die es halt eben heute noch gibt lassen sich halt eben auf diese person zurückführen und halt eben nicht auf auf den es als beispiel und innerhalb dieser traditionslinie kam es dann halt irgendwann um 1300 hier zum ikkiosu schon den habe ich reingenommen weil es auf der auf der einen seite der aus der rinzai tradition so dieser dichter der dichter war den wir mit dem rio kann taigu im soto hier wiederum als als pandor vielleicht zum ikkio finden wobei ich nicht rausfinden konnte wer von dem ikkio der ist ja wohl in seiner mönchstracht ist er ja wohl auch in bordelle reingegangen und hat sie im alkohol gefrönt und so weiter einfach so in einer von den rebellen deswegen habe ich mit aufgenommen aber ich habe da nicht rausgefunden innerhalb von welcher linie er gegeben falls hergekommen ist weißt du das dirk oder muhr der ikkio welche linie das war weiß ich nicht also 10 juli er war der abt vom 10 juli blödsinn blödsinn daikokusi daikokusi nicht 10 juli würde man bestimmt rausfinden vielleicht sogar auch im internet wer dessen meister war aber im rinzai letztlich alle anderen linien außer der von hakuin also also vielleicht gibt es ein paar ausnahmen aber ich würde sagen 99 prozent der lebenden roshis kommen alle vom hakuin her deshalb auch der banke und alle anderen wahrscheinlich gab es dann weit verzweigtes netz noch vor hakuin aber hakuin dadurch dass er das alles formalisiert hat um diese 1700 koans auf eine reihe gebracht hat der einfluss war so stark und das war so erfolgreich dass die anderen einfach dann verschwunden sind naja fällt dir noch was ein dirk jetzt hier zu dem bild wo wir sind oder zu dieser zeit gerade was hakuin angeht also es war auch das was ich recherchiert habe das letztendlich alle oder beziehungsweise so wie du gerade gesagt dass 99 prozent der der roshis die wir heute haben der meister die wir heute haben oder der linien die es noch heute gibt lassen sich halt alle auf diesen hakuin zurückführen innerhalb der rinzai tradition in der hakuin war ja wohl sowas wie der martin luther ja bei uns so also der hat ja viel veräußert und viel öffentlich gemacht eben unter anderem die korenschulung noch mal sortiert und so weiter und so fort und dann gibt es ja diesen was du doch beschrieben hast hakuin denn dieser wenn was dann dieser schöne text jetzt noch mal auf den punkt bringt so warst du schon mal in diesem tempel von hakuin in japan juta sie war ich einmal ja ja so ein kleiner ziemlich keiner tempel soll das sein ja ich war da noch nie also der juta sie ist ja ein solo und trainings 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 kloster der ist nicht so klein da könnten schon 20 30 mönche zusammen praktizieren also das ist da wo der hakuin dann die spätere seine zweite lebenshälfte zugebracht hat oder meinst du da wo er da bei dem schozu ronin in der lehre war also ich habe es mal gelesen dass er sein tempel aufgebaut hat so in eigene regie ziemlich schnell und dass der sowohl ziemlich armselig ausgesehen hat im vergleich zu den anderen und dass er da gelehrt und wirkt hat also dass er jetzt nicht so eindrucksvoll gewesen sein soll das habe ich das mal gehört naja im vergleich zu den tempeln die es damals und auch heute noch in kioto und kamakula gibt natürlich ganz klein oder auch ganz klein nicht schon groß aber ich meine tofu gucci das war ja eine riesen riesen anlage nach dem krieg ist vieles davon verkauft worden aber auch heute das noch ein riesen kommt tempelkomplex dasselbe daikoku simio mioshinji nansen in kyoto das sind ja riesen dinger die natürlich auch durch die unterstützung der shogun und des kaiserpalastes erst gebaut werden konnten und im vergleich dazu könnte man sagen jutaku klein im vergleich dazu aber immer noch groß genug kann ich sagen für 20 30 leute also hakuin war wohl soweit ich das jetzt informiert bin schon derjenige der den wert darauf gelegt hat jetzt drin sei mäßig zu strukturieren das doxan in vordergrund zu stellen zwei dreimal am tag am doxan zu haben und diese begebenheiten die da in der tank dynastie stattgefunden hat in china wieder zu benutzen um dann wirklich damit sich einzuschleifen so also das ist wohl auch wohl so verknöchert gewesen dass er gesagt hat wir müssen die erfahrung in den vordergrund stellen und nicht den status der heiligkeit und deswegen wird er ziemlich verehrt jedenfalls in allen rinsei klöstern wird er jeden tag rezitiert und bei uns eben auch so und es gibt noch einen guten text den werden wir auch dieses jahr beim rohatsu wieder verlesen die sieben nächte des von hakuin wo er wirklich den prozess durch beschreibt und jede nacht sozusagen noch mal immer ein kleines teeshow gehalten hat wo er die erste nacht sagt so ihr mönch jetzt nehmt ihr euch eure kissen packt die dick unter euren hintern und so weiter und so fort also die sieben nächte des bruder shakya muni sozusagen noch mal anleitet ja wie er das so wo das rohatsu noch mal richtig untermauert und noch mal power reingibt und so weiter das wird auch immer oft gelesen ja bankai aitaku das war ja ein wunsch auch von dir noch mal nur den mit aufzunehmen oder beziehungsweise wo du gesagt hast oder es ist durchaus ein name der noch fehlt der bankai bankai der letztendlich auch nicht weiter geführt wurde seine linie auf jeden fall nicht bis in die heutige zeit und bankai und hakuin rinsai ikkyo die kommen auch in einem buch vor ich weiß nicht ob ihr das kennt zen-meister zen-rebellen die verrückten wolken des zen sagt euch das was ich habe schon gehört aber gelesen noch nicht ja irgendein amerikaner hat da die die leute die einfach so oder die die meister die einfach so ein aus der art geschlagen waren so die rebellen die reformer was hakuin ja durchaus auch war vielleicht ein bisschen vergleichbar im im soto auch mit dem mit dem kodos awaki der quasi auch als reformator wieder die praxis zurückgeführt hat auf sa zen was ich zu der zeit habe ich mal gehört so ein bisschen verlaufen hatte wieder oder es sehr stark ins ins reine denken und so weiter reingehen wenn wir uns auf der anderen seite so diesen diesen zeitpunkt angucken da sind wir eben stehen geblieben dogen ist also als tender mönch mit dem mit dem rinsai meister oder mit dem rinsai mönch nach china aufgebrochen hat dort von dem tendon jojo dama übertragung bekommen und hat dann dass die soto schule quasi nach japan gebracht und dann ging es hier über drei generationen noch weiter bis zu dem kesan jokin der ja wo wo im soto gesagt wird dogen und kesan das sind so diese beiden großen persönlichkeiten in japan die auf die letztendlich die soto schule zurückgeht ja also auf japan in japan sagt man auch koso und taiso koso ist der hohe ahne das ist dogen und taiso das ist der breite breite das ist der kesan also dogen der hat die lehre und die praxis in die tiefe geführt und kesan der das er so in die breite auch ins volk hinaus getragen und er dafür gesorgt dass soto als eine der größten buddhistischen schulen heute auch überlebt hat auch wirtschaftlich überlebt hat und auch wurzeln in der gesellschaft gefunden hat es wird oft also in der in der soto tradition wie ich es kennengelernt habe wenn die namen der patriarchen rezitiert haben dann hört es im grunde bei dem kesan jokin auf und es werden dann noch ein zwei namen der letzten generation genannt aber das was ich jetzt auf einer einer deiner weitergeleiteten seiten auch gesehen habe das kesan zwei große meister noch mal hatte den gas an und den mei mei ho und sich alle noch heute existierenden soto linien auf einen dieser beiden auch zurückführen lassen genau wobei mei ho sotetz wahrscheinlich sehr viel mehr schüler hatte als gas an josecki aber das ist der grund weshalb es nur bis zum kesan geht denn wenn man zum beispiel in eheji oder so das gemeinsam rezitiert es gibt ja einige mönche aus der einen richtung und aus der anderen richtung und bis zum kesan haben sie alle dieselben ahnen aber danach geht es auseinander deshalb hört man da dann oft auf es sei denn zum beispiel wie in antaiji das ist so ein kleiner tempel wo alle der mönche aus der richtung kommen und dann wird es bis zum letzten verstorbenen abt rezitiert also jetzt im fall von antaiji würde man alle namen bis zu meinem meister dann rezitieren und sobald ich dann sterbe wäre würde ich auch aufgenommen werden in diese prestations folge der patrick damschen vom drei schätze laden in bonn der hat ich hatte mit ihm auch kurz drüber gesprochen und er dann auch gefragt ja warum geht es denn nur bis zu hakuin und bis zu ihm verzweigt sich verzweigen sich danach die linien zu sehr und die einzelnen linien die es jetzt heute noch gibt lassen sich ja dann da gibt es ja schon wieder eigene eigene damalinien dann wo dann was bei sich 30 40 50 leute drin sind und es würde sich tatsächlich zu stark verzweigen weil es ja dann nach amerika nach frankreich nach europa und so weiter gegangen ist genau also man muss ja also ich meine bei uns in berlin im dojo war es so dass da am morgen dann die patriarchen bis zum meister des shimaru mokso taisen war das glaube ich da jo show rezitiert wurden das kann man natürlich machen aber wenn man das dann halt in einem rahmen tut wobei viele leute aus vielen anderen richtungen kommen die fühlen sich dann halt nicht mehr angesprochen wenn ich mir ihre an sondern andere an rezitiert werden das heißt in so einem hauptempel wie ich weiß nicht wie sie es machen aber wenn wenn halt also ein großen treffen das morgens zutra rezitiert wird dann wird entweder beim kesan aufgehört oder man guckt halt ja was ist das für ein tempel wo wir hier sind und man rezitiert halt in der linie von dem tempel man muss sich dann unterscheiden aber man kann dann halt nicht mehr alle ansprechen ja das vielleicht das vielleicht auch der grund warum die die internetseiten wo ich jetzt recherchiert habe tatsächlich auch dann bei hakuin auf der einen seite und bei kesan auf der anderen seite aufhören weil sich ab dann tatsächlich das ganze sehr stark verzweigt und einzelne linien dann hat es teilweise auch in unterschiedliche länder dann weiter transportiert wurden genau ja habt ihr noch etwas zu der weitergabe der linien bezogen jetzt auf die grafik sonst würde ich die schon mal wieder weg machen soweit nicht gut ja ich bin mir nicht sicher ich hatte ich hatte ja in denen in die e mail anfrage an euch beide hatte ich ja als betreff das entheddern der der dama linien oder der linie der weitergabe ich bin mir nicht sicher ob wir das wirklich geschafft haben oder ob nicht vielleicht sogar noch mehr verwirrung weil so viel erfunden und soviel so viel gelogen und so viele legenden damit rein spielen dass es ja ja interessant ist dass es überhaupt diese linien nachfolge gibt ja jetzt erzählst du meine frage ist was willst du verheddern also entheddern eher würde ich habe ich das gefühl was du da gemacht hast das ist schon sehr entheddert aber in wirklichkeit ist das knäuel sehr viel verflechteter als also für alle die das hier gucken irgendwann mal und in die mole und die geschichte des zen buddhismus nicht kennen sehr empfohlen und da findet man hinten halt auch über mehrere seiten hinweg glaube ich diese traditions linien aber wie gesagt die wirklichkeit ist sehr viel komplizierter also in wirklichkeit ist das nicht nur ein faden beziehungsweise wie auch der dirk schon gesagt hat der rinnser hat ja auch nicht nur beim obakus studiert sondern auch bei anderen meistern und tatsächlich haben viele schüler jahrzehnte bei ihrem meister verbracht aber dann eben auch mal wieder zwei drei jahre hier und zwei drei jahre da und okay dann haben sie vielleicht das große die große erfahrung bei dem meister gemacht aber da haben andere sachen auch mit reingespielt besonders eben wegen der während der tang zeit in china das war auch noch nicht hier ich bin rinnser also studiere ich nur rinnser und ich bin soto also will ich mit dir nichts zu tun haben sondern das war viel verwirrter und vielleicht ist es wichtiger eher zu wieder zu die 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 diese verschiedenen fäden wieder zusammen zu bringen als zu enttettern vielleicht geht es ja gar nicht darum das zu enttettern ja schön dirk du wolltest auch noch was sagen ich habe es wieder vergessen aber aber ich meine so was das ausdrückt wenn man diesen ganzen stammbaum sieht und ich meine der geht ja ins unendliche ich meine wenn da der basso 139 schüler hatte oder der um 67 und wiederum welche und wer weiß wie viele da nicht aufgezeichnet sind was ich hier übertragen hat aber was man merkt dass es unheimlich fundiert ist also jeder von uns wir drei wahrscheinlich auch sind mit dem oder da mal in berührung gekommen mit der eigenen praxis und der öffnung so weil wir irgendwo davon gehört haben und ich glaube das ist eine verantwortung von so einer linie weil viele sagen ja du brauchst kein konzept du brauchst keine linie du brauchst keine damer übertragung klar braucht man das alles nicht auf absoluter ebene trotzdem schafft es natürlich möglichkeiten gerade so in der inflationären zeit wie heute so wo es alles gibt nicht wie in china nur ein buddhismus oder in thailand oder in taiwan oder in tibet oder keine ahnung gibt es ja alles mögliche und das ist schon eine fundierte sache für mich so und ich finde schon warum soll man sich dieser alten meister mal vielleicht wieder zur gemüte führen warum arbeitet man jetzt im rinnsal mit dem koans und so wie ich vorhin auch sagte es ja schon so du tauchst in diese persönlichkeiten ein und verstehst dann auch in was für ein kontext warum und wie die was sagen und wie die so sind das ist ja der punkt warum sind die so warum schreit der so um warum flüstert der andere so und das sind alles das sind alles hilfsmittel das ist nichts absolutes sondern das sind alles möglichkeiten und dann die eigene erfahrung hier und jetzt zu machen darum geht es ja also so man sagt ja immer im sender so mein meister hat immer gesagt es geht darum dass du dich selber freisetzt dass du selber original wirst so und wir sind ja alle so wir haben nach seit unserer kindheit armen wir nach wir haben unsere eltern nach wir sind dann plötzlich so wie der alter so wollen wir nie sein so plötzlich erkennen wir uns dass wir so sind und dann wollen wir wieder davon loslassen und die frage bleibt immer wie sind wir ja dann kommst du so mit senden berührung mit der leerheit und so dabei kannst du auch nicht stehen bleiben sondern du musst das leben ja irgendwie füllen du musst es mit deinem mit deiner originalität originalität jetzt film meister sind tot mein kode sowaki hat es auch gesagt was nützt mit den alten knackern die sind allerdings tot was nützt es darüber irgendwie zu reden und die anzubeten das stimmt auch so aber jetzt findet alles statt und schon so eine so eine gallionsfiguren können schon helfen deine eigenen potenziale zu entdecken finde ich so erzählst du mir dann auch in seine kraft zu kommen als vorbilder man braucht ja vorbilder also auch genau so konkurrenz im senden wo man immer gucken kann ja wenn man guckt der hat jetzt ein goldenes wachs und der ist jetzt leidenschüler und so wichtig ist finde ich nicht gegeneinander zu konkurrieren sondern miteinander dass man miteinander wächst das machen wir letztendlich auch dass wir uns hier treffen und sagen hier ja also mir das mal geholfen auch zu sagen du gibst dein bestes so aber aus dem spaß heraus so und zu sehen zum anfang guckst du auch die alten geschichten an die alten meister und denkst das irgendwie bier ernst da geht es nur um ehrfurcht aber wenn die sich da unterhalten über die tiefgründe des bruder dama und was da wie mal lackiert die gesagt hat da bezieht sich ja rinser auch auf die unterhalten sich über das wetter die fragen sich wie geht es dir und so weiter und so und mein lehrer hat auch immer gesagt deine aufgabe als lehrer ist es mal irgendwann das zu übersetzen du musst den leuten die angst nehmen die lebensangst die trennung darum geht es und das kannst du mit diesen alten meistern machen so das zieht sich fort und das ist auch irgendwie unsere aufgabe das weiter fortzusetzen also wir sind nicht nur leute die die vergangenheit beleuchten sondern wir stehen ja in der tradition so und wir leben es jetzt und wenn wo man tot ist und ich lebe doch länger dann werde ich auch einfach so eine schöne comic zeichnung die von hakuin machen wird zwischen groß ich finde auch das verbinden da also das war damals als wir bei der bodhisattva beim bodhisattva workshop uns mit dem ketsumiaku beschäftigt haben und dass es da überhaupt diese linie gibt wenn man damit das erst mal in kontakt kommt dass wenn ja nicht etwas ist was ich irgendwann mal irgendjemand ausgedacht hat sondern dass es halt wie ein großer fluss ist wo man teil von wird oder in dem man hinein springt und gleichzeitig den fluss auch an die nächsten generation weiter gibt es hat einfach eine ja das hat eine gewisse kraft und das zieht einen mit und gleichzeitig bringt man den fluss auch selber wiederum in bewegung ja schön lass uns mal noch ein bisschen werbung machen ja macht ein bisschen werbung wofür also also einmal natürlich nächstes jahr dass die veranstaltung mit muho hier im wolken tor diese kleine wochenend session und das sieben tage session was danach gleich anschließt da sind auch plätze frei das wird eine schöne sache das ist in welchem monat das ist august glaube ich habe es jetzt dummerweise nicht im kopf aber da steht auf der webseite ich glaube wir haben jetzt noch mal für diejenigen die dich nicht kennen vielleicht oder uns hier überhaupt nicht kennen gibt nur noch mal gerade eine website bekannt www www wolken tor minus 10.de so und ich glaube im september moja war das ende september bis anfang das sieben tage session das endet anfang oktober ich glaube es war der zweite oktober oder so was ne das ist auf 15 leute begrenzt das andere auf 30 da sind noch plätze frei und das erste session ist ja so auch zum reinschnuppern da wird es auch sitzeinheiten geben aber hauptsächlich viele talks und so ja und nach halle kommt man super aus seiner mitte von deutschland und wir haben direkt bado vor der tür tatsächlich also aussteigen und in die sind nur rein also dazu noch mal und ansonsten machen wir jetzt ab morgen fängt unser herbst an wo an die übungszeit mit dem session beginnen wir mit dem fünf tage session kleine gruppe und dann ist im oktober noch ein session fünf tage und dann gibt es noch das wo hat zu abschließen dass sieben tage wo hat zu session wo man wenn man das möchte dieselbe erfahrung machen kann wie der bruder unter seinem baum angelegt also kommen die dämonen und die engel und und da da geht ihr beim rot so geht ihr dann auch den text von dem du eben gesprochen hast die sieben tage des hau oder die sieben nächte des hakuin der war nämlich mir bisher auch noch so gar nicht bekannt ja das sind so kurze man sagt wenn so würde man sagen so ein kleines wie sagt ihr wenn man was in die runde spricht akussen kussen ja ja so sowas ist das ja die gibt es auch in deutscher übersetzung die sieben nächte das ist ja 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 kann ich dir aber schicken also ist das als buch veröffentlichen das ist ja ganz kurz das ist nur so ganz kurz also das ist für jede nacht sagt er so vielleicht fünf bis zehn minuten was ich kenne das aus aus japan im im tofukushi haben wir das während wo hat so auch also der hat der rossi das auch im t schon durchgenommen aber bin überrascht dass es das auf deutsch gibt oder wäre interessant für mich ja das auf deutschland ja schicks gerne schicks gerne mal zu findet man das im internet das weiß ich nicht ich habe es auch noch mal mit mitgenommen von einem roh dazu ja dann schick es doch gerne mal zu was ist also ja das von meiner seite an werbung aber du torsten hast ja auch noch dein ja und vielleicht machen wir auch wieder was zusammen ist ja alles irgendwie nicht in stein gemeißelt da wollen wir sprechen dirk inwiefern war hier am sonnenhof in der nähe von alsfeld kassel eventuell auch mal hier irgendwas zusammen anbieten es findet jetzt im oktober wobei da glaube ich nur noch ein zwei plätze frei sind weil wir nach wie vor im kneipen dojo drin sind hier einfach nicht so viel platz ist findet er neun tage lager statt mit fünf tagen vorbereitungszeit drei tage session und sowohl im oktober als dann auch november und dezember grad für einsteiger und wer sagt us-hechin ich traue mich nicht so richtig finden jeden monat wochenend session statt wo wir quasi anreise am freitag samstag sonntag und jeweils vormittags ist dann statt sarsen ist ein kurzer workshop zum beispiel zu so einem thema wie wir es heute ein bisschen beleuchtet haben die weitergabe bodhisattva gelübde so ein bisschen grundlagen workshop findet dann am vormittag statt bei diesen einsteiger session und das ist im regelfall das erste wochenende im jeweiligen monat und infos infos dazu auf der internetseite www heisan-sen wie heizung sanitär heisan-sen punkt de und dort findet man falls das für jemand interessant ist die grafik die wir uns heute angeguckt haben findet man da auch unter dem menüpunkt was ist sen sen meister und linie der sen meister in der navigation da kann man sich das auch als pdf ausdrucken falls das für jemanden interessant ist ich werde jetzt gleich im anschluss noch mal aus dankbarkeit an muro ich habe es nämlich vergessen das war keine absicht dein paypal konto aktivieren und eine kleine spende an dich rüberschieben für seine tiefgründige erbietende arbeit hier das werde ich gleich noch mal machen das heißt reaktivieren dass du da bist das reicht danke 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 aber aber übernimm dich nicht also ja das mache ich ja das mache ich ja auch selbstlosigkeit das ist ja auch nur mein karma ja meine lieben schön dass wir uns die zeit genommen wir haben zwei stunden lebenszeit der zuschauer geklaut wer sich das tatsächlich jetzt bis zum ende gegeben hat man kann sich nur wieder entschuldigen dass wir die lebenszeit der zuschauer bis hierhin strapaziert und man hätte in den zwei stunden ja auch eigentlich was besseres machen können als uns zuzuhören ja und trotzdem war es aber wieder schön mit euch beiden ich bedanke mich und freue mich dann euch nächstes jahr zu sehen mal live und sehen wir uns sowieso die ganze zeit vielleicht fällt mir auch noch ein thema ein mit euch beiden ja ja vielleicht das nächste was wir noch mal so ein treffen machen du kannst dir das nächste thema vielleicht überlegen was du mal beleuchten willst nur oder du gibst uns ein korn oder das mache ich ja das gut zwei stunden lang ich weiß nicht muss aber raus geht und wieder reinkommen okay dankeschön und schönen tag wünsche ich euch tschüss und die moon und schönen abend genau bis nach riemann